Hallo Robin Maniacs, hier bin ich wieder mit einer, wie soll ich sagen, Nachbesserung, Nachtrag. Ich habe den Panzer, diesen Transportpanzer vom Mechanikum noch mal etwas überarbeitet, wie ihr seht. Ich habe jetzt hier hinten den Motor, den ich euch schon mal gezeigt habe, eingebaut. Ja, es sieht einfach schöner aus, finde ich. Es hat einfach mehr. Dann habe ich hier an den Seiten, das habe ich auch noch mal verändert, da habe ich jetzt diesen Zahnkranz und den Deckel drauf gemacht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das machen soll mit dem Totenkopf. Weil Freehand, da bin ich nicht wirklich gut. Ja, da muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Ja, hier oben habe ich auch ein bisschen was verändert. Ich habe keine Ahnung, was das für Bits sind, aber mir gefällt es. Ja, die Waffen habe ich jetzt auch noch mal abgegradet. Ich habe jetzt hier vorne mit Raisingrass, also mit Kupfer, das noch mal alles gemalt, gebrusht. Ja, und jetzt ist er eigentlich fertig. Komplett endlich. Außer eben der Totenschädel. Ja, ich hoffe, das Video oder die Videos haben euch gefallen. Haben Lust gemacht, vielleicht das ein oder andere nachzubauen. Würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten, wenn ihr Anregungen habt, immer in die Comments schreiben. Ich freue mich drauf über jeden Kommentar von euch. Und nach diesem ganz kurzen Nachtrag-Video sehen wir uns bald wieder. Euer Lord.